Deswegen nannten einige der Ahle und sagten, der Fiqh ist eine weltliche Wissenschaft. Der Fiqh ist eine weltliche Wissenschaft. Die meisten sind schockiert, wenn sie das hören, wie kann man das sagen, das ist doch alles Religion oder nicht. Aber er möchte sagen, es geht hier nur um, wenn wir den Fiqh jetzt mal, wenn wir ihn mal filtern, die ganzen einzelnen Sachverhalte mal weglassen, um was geht es denn? Am Endeffekt, was wird da geregelt? Es geht darum, weltlich betrachtet, rechtlich betrachtet, hat dieser Mann seine Pflicht erfüllt oder nicht? Kann er belangt werden dafür oder nicht? Kann er rechtlich verurteilt werden oder nicht? Nur darum geht es. Aber die inneren Aspekte bzw. das, was zwischen dir und Allah ist, das ist jenseits des Fiqh. Das ist jenseits des Fiqh. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Ein Beispiel, wenn jemand schwört, also es kommt zu einem Konflikt, es kommt zu einem Konflikt und richterlich, also es wird ein Konflikt ins Gericht geführt. Und am Endeffekt hängt die Sache jetzt von einem Eid ab. Manchmal werden Dinge, wenn es keine Beweise gibt, mit dem Eid beschlossen. Nehmen wir es mal an, eine Person erhebt Ansprüche auf das Hab und Gut eines anderen, seines Kontrahenten. Und durch ein Eid beschließen wir, dass das tatsächlich ihm gehört, der Person, die diese Ansprüche macht. Jetzt mal rein richterlich betrachtet oder rechtlich betrachtet, gehört es ihm dann, oder nicht? Es gehört ihm. Der andere hat dann sozusagen Pech gehabt. Aber ist das denn tatsächlich für die Person, auch wenn wir das jetzt mit einem gerichtlichen Beschluss, wenn wir mit einem richterlichen Beschluss beschlossen haben, dass das ihm gehört, ist die Sache zwischen ihm und Allah geklärt damit? Ist das jetzt für ihn legitim geworden dadurch, durch dieses richterliche Urteil? Es ist nicht legitim für ihn. In der Tatsache betrachtet ist das nicht legitim für ihn. Versteht ihr? Deswegen sagten sie, der Firk ist eine weltliche Wissenschaft. Es geht hier um weltliche Aspekte. Auch bei der Absicht gibt es diese zwei Aspekte. Es gibt einmal diesen rein rechtlichen Aspekt, was die Gültigkeit und so weiter betrifft. Aber es gibt den anderen Aspekt, der die Aufrichtigkeit betrifft. Die Aufrichtigkeit, abseits von den rechtlichen Fragen. Also was hast du damit beabsichtigt? Was willst du dann erreichen? Warum machst du das? Warum lässt du das? Manchmal geht es auch ums Lassen. Warum lässt man manchmal Handlungen? Auch das Lassen von Handlungen erfordert, beziehungsweise nicht erfordert, aber die Entgeltung oder die Belohnung ist abhängig von der Absicht. Eigen, du machst du das bei uns. Ich verstehe. Also wenn du dich den Abenteuerungen vor hast. Einen Abenteuerung wäre es wohl kein Bestes zu machen. Und er ist auch noch kein Webel.